Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Hier haben wir eine ganz normale, langweilige Büroklammer. Nachdem man sie verbogen hat, ist es im Prinzip einfach nur noch ein Drott. Was jetzt aber diese Büroklammer so schlau macht, ist, dass auch wenn man sie verbeugt, sie immer noch genau weiss, was sie vorher war. Sie ist aus einem Metall, das Nitinol heisst, eine Mischung aus Titan und Nickel. Und das hat die Fähigkeit, sich an seine ursprüngliche Form zu erinnern, wenn man es zum Beispiel in heisse Wasser legt. Hier rührt man das jetzt zum Beispiel, zack, jetzt ist es wieder eine Büroklammer. Ist das nicht faszinierend? Und hier gerade nochmal, weil es so schön war. Voilà. Und das kann man auch mit kleinen Federn machen. Aus Nitinol wird das auch sein, sonst wird das ja wahrscheinlich nicht gehen. Und diese Animationen sind so gut, dass ich gerade all meine Instrumente auspacken muss. Und auch Ägypten versucht Putin mit der russischen Nationalhymne zu begrüssen. Nicht so gut wie ich. Oh mein Gott. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Tschüss. .- Ja, dann. Ja. 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 Vielen Dank.